Ich kann Niklas einfach noch mal mit seinem Handy leuchten und ich nehm's probiert nur aus. Gut, dass mein Handy nix kann. Dein Handy kann bestimmt. Du kannst noch ein bisschen MP3 dazu. Ja genau. Du kannst Musik dazu machen. Ich kann auch Beatbox versuchen. Schatz? Kurzfilmen für drei Handys. Ich hab nur Liedermacher auf meinem Handy. So, wir kommen mit der Leuchte. Ja, wunderschön. Naja, das ist eigentlich nicht. Allerdings, es ist definitiv viel heller. Das ist er, der Sandor. So sieht er manchmal aus. Voll rot, der Mann. Mal noch ums Pferd rumlaufen. Andere Seite auch sehen, bitte. Da haben wir nochmal. Nicht ganz so schön. Naja, bad hair day. Nach dem Saufen. In Schrift noch? Nach dem Saufen. Oh, guck mal. Das Pferd hat auch geputzt. Dammit. Sehr schön. Und der hat doch einen Schwenk aufs Pentagramm, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Hier wäre der Schatz gehört. Das sieht man noch nicht. Kannst du noch näher ran mit der Lampe? Noch näher ran? Nee, das hilft nichts. Also, ja, Alter, das kommt gut. Mach das mal. Ja, das hat so ein bisschen Blair Witch Project. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bitte noch die Protagonisten. Einmal die Biene. Angestrahlt. Ole. Schlaglicht. Super. Von oben vielleicht auch? Jawoll. Wunderschön. Jetzt Niklas. Du hast so ein richtiges Model-Feeling. Kommt da auf. Äh, Biene könntest du mal die Lampe halten. Etwas vorteilhaft. Okay, reicht. So. Und jetzt noch dem, dem das Handy gehört. The Man. Genau. Achtung. Sieht man nicht? Nochmal. Das ist übrigens Absicht. Das trägt man heute so. Ja, das ist ähm, neuer Style. Das ist Nike Splash Style. Du hast dich voll gewichst. So sieht es hier zumindest aus. Das ist eigentlich, wenn meine Wichse deckt. Verstehe, du bist Rechtsträger. So. Okay, mach das mal aus. Ja. Mach das mal aus. So, machen wir es aus? Nein, mach das mal. Darf aber was angefangen haben? Ja, weil es war jetzt am Schluss alles nur noch gut, weil die Elektro-Darkin in Deutschland ist. Ja.